So, wir sind jetzt hier südlich von Takuapa, Takuapa an der Iron Bridge. Und was wir hier noch gesehen haben, da geht es hoch, da ist oben anscheinend so eine Art, ja ein Baumhaus ist es nicht, aber ein bisschen viel Stufen, deswegen gehen wir glaube ich nicht hoch, aber schon irre. Und hier drüben ist die Iron Bridge. Schon ein cooles Teil, kann man auch drüber fahren, wird ein bisschen eng, wenn man sich begegnet, aber coole Sache. Ja, bestes Beispiel, die zwei begegnen sich gleich. Lade ich ab? Wir fragen dann, ob wir das Röntgen nach oben stehen. Teilweise sind da schon Löcher drin, das Kompost durchfressen, haha, geile Sachen. Wow, das ist ja macho. Wow. So, die Kapp? Ja, die Kapp. Na Junge, hat ich ab? Okay, good boy. Also welcher Fluss das ist, weiß ich nicht, aber das ist schon ein cooles Ding. Also wird die Brücke drüber gefahren, da ist ein Fluss, das wusste ich gar nicht. Und hier unten ist noch ein Wasserbüffel. Hammer. Ja hat Sbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da sind auch jede Menge von diesen weißen Piepsen da hinten, diese weißen Vögel. Leo, Leo! 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 Leo, Leo!